Ja, an den Hirsch komme ich nicht ran, weil da zwei Jäger sind Zwei Jäger sind, oder? Mhm Ich sehe den Hirsch, aber ich komme halt nicht hin, weil da ein Jäger ist Dann brauche ich einfach nicht schießen Nee, das bringt nichts 19? Du Glückspilz Du hast mir doch vorhin alles geklaut, also habe ich mir jetzt einfach mal einen Vorrat angelegt Wenn ihr an Hütten vorbeikommt, wisst ihr Bescheid Ja Dass sie dann Asche mit schreckt, meine ich Das ist mir schon klar Braucht sie auch Oh, wer hat denn das schon wieder hier alles zusammengetan? Ich glaube ich spinne, ey Aber Mopsi Ich mobs dich gleich mal Guck mal, wir haben Leber kannst du nur fünfmal stacken Wir haben jetzt acht Lebern Ja, ich werde mal welche braten, was hättest du? Nee, wir brauchen wir nicht, wir haben nur noch genug Fleisch übrig Ich würde es machen, wenn wir kein Fleisch mehr haben Okay Du kannst natürlich tun, wie du möchtest, so, ne? Nee Ist halt noch nicht nötig Haben wir noch Veggie? Ja, ne? Ja Kartoffeln Kartoffeln sind gut Erschreckt mich doch nicht immer so, Mensch Ja, ich bin halt voll in die Arme von einem Jäger gelaufen Deswegen Hast du ihn jetzt umarmt, oder was? Ja, so ziemlich Ich hätte aber die Axt dabei haben sollen Sagt die Axt Habt ihr Ruckeln? Ne Wird das gleich schon dunkel, ne? Ne Aber es sieht nach Regen aus Du kannst nicht mehr dauern Es sieht nach Regen aus Mhm Aua, Aua Zwei Schuss tot Also wer hat jetzt mit, wie, wer ist jetzt gestorben? Ich bin fünfmal gestorben Ich hunder pro öfter Aber wenn sagst du öfter Also ist das schon okay Bin ja alleine bei dem einen Jäger, den mich da schon x mal Wegecampt haben Vier oder fünfmal gestorben Also ja Aber dafür haben wir auch Rache an den Puma genommen, ne? Ach nee Du hast mich nicht schon gesehen, oder Jäger? Doch! Oh, leck mich doch Bin unbewaffnet, lass mich in Ruhe Ich hab nur ne Axt Komm schon, pack dich irgendwo fest Ich will doch nur meinen Rucksack Ich will doch nur meinen Rucksack Was räumst du denn? Ich will doch nur meinen Rucksack Der Stall brauchte zwei Pfeile, ne? Äh, zwei Seile, ne? Ja, aber wie gesagt Wir können jetzt Wir haben doch nicht Ratschi, um die Viech da durchzufüttern Ja gut, das ist nämlich scheiße, weil Mit mehr Dings hätten wir mehr Dings Ja, dann mach Mehr Mehr Pfeile Ja, dann mach Ja, wir müssen irgendwie unsere Ascheproduktion mal anbauen Weil dann läuft das da oben mit dem Veggie, glaub ich, auch tausendmal besser Weil ich seh immer nur, Wasser ist drin Ich hab jetzt ein extra Extra, ähm, Dings gemacht, Lagerfeuer Dann machen wir zwei extra Lagerfeuer Ja, dann müssen wir aber auch für Holz machen 14, Aschel Ja, nicht schnell genug Nicht annähern schnell genug Ja, da wird's jetzt die sechs Lagerfeuer da voll machen, das ist auch Quatsch Wir haben jetzt 34 Aber es ist auch für die Dings, wir, also Vielleicht noch eins, oder nicht? Ja Wir haben auch noch ein Starterkit, haben wir auch noch Ja, Starterkit, können wir uns ja craften, das ist ja Ja, aber das haben wir ja gerade noch zur Hand Ja Ja, sonst würd ich mal gucken, dass ich uns mal noch einen Stall crafte Und wir hätten vielleicht mehr Federn, weißt du? Ja, den würd ich aber dann auch hinter das Da brauchen wir einen schönen Lichter Ja, dann mach mal einen Stall Ich bin dabei gleich Wie viel Essen? Ja, dann nehmen wir halt die für die Windturbine Wir müssen doch eh noch Geweihe suchen Ja, gut, dann mach halt erstmal den Stall, oder? Du, ähm, dann mach doch Ihr dürft die Hühner dann aber nicht töten, ist halt klar, ne? Ja, wir müssen die dann mit fünf Leben nach Hause bringen Genau Oh, 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 Aua, 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 Aua Und die Tür sieht dann auch wieder aufrappeln dann Wir sind von den Bergenjagd, man Ich hab nur 95 Leben Ja auch Aber ich blute nicht Lacker Oh, ich hasse Gewitter So, ich bin zu Hause Ich mach noch ein Lagerfeuer fertig, ne? Ja Ich musste allerdings nochmal ein Hühnchen töten, weil sonst habe ich nämlich nicht wirklich Pfeile für die nächsten Wie wärs, wenn das blaue Licht weg machst? Ja, was geht denn alles, äh, rein in den Stall? Nur Hühner oder auch Hasen? Hasen auch, beides Also vier Stück passen, glaub ich, in einen Stall Ja, aber Hasen sind irrelevant Also nur Hühner mitbringen Ja, weil Hasen sind doch sowieso, die bringen uns Stoffe, aber wir brauchen jetzt gerade erstmal Federn Habt ihr denn schon Klamotten? Also ich hab bisher ein T-Shirt und ne Hose an Ich hab nur ne Hose Ja Ich hab nur ne Hose, ne Unterhose, äh ne Hose Ja Was soll ich jetzt sagen? Auch einmal das Starter-Kit Schwupp Wo war das? Gar nicht Da war's Okay Anzünder Holz Anzünder Anzünder Dann, 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 dann Dann, dann, dann Eigentlich Da war's noch mal ne Deckenlampe Achso, seitdem die nicht mehr dahin klebt Richtig, die hat er doch an der Decke gemacht Oben auch? Ja, damit leuchtet es den ganzen Raum aus 46 Geil, ne? Ja super, dann 300 Stück brauchen wir insgesamt In dein Ernst? Ja Was, 300? Was machen wir denn jetzt? Für die Windturbine, nein Für die Windturbine später Was bringst du mit? Ein Huhn Den Stall kann ich direkt machen Ja, dann mach ihn Ja doch Weil sonst haben wir gleich ein Problem Ja doch Wenn er aber ein Mann Das stimmt nämlich schnell Echt? Das stirbt noch? Das stirbt in deiner Tasche, na klar Das ist schlecht Ich muss nämlich noch Holzbreiter machen Wird nach Level 2 ein Ei für jedes Level legen, okay? Und wie levelt das? Das tötet doch keinen Dinger Ja, im Stall Das levelt, wenn wir das sind Das füttern Achso Ich wollte gerade sagen, weil das tötet doch niemanden, wir sollen das aufleveln Was leveln? Wo bleibt der Stall jetzt? Das ist Buggy Oh Stall Da Stall Da Stall Da Stall Oh Stall, oder kriegt ein Pfeil Ja Cubgy Ist das schon fertig? Kalt Na gut Dann gehen wir rein, wenn wir zu kalt ist Oh, krass Will ich besitzen? Meister Ich wollte aber auch reingucken So, Wasser, Nahrung Ich will doch reingucken, ich will doch reingucken Ja, ich mach das, ich kümmere mich Wuiiii Wuiiii, der Hühnchen Der kriegt jetzt erstmal ne Made Wuiiii Installiere Codebehälter Geh mal weg Nee, warte mal, ich guck gerade was Ich will Wasser reinhauen Ich hab grad geguckt, wie in dem Codebehälter Aber dafür brauchen wir auch wieder Klebstoff Was, Codebehälter? Ja, damit für Dünger, für Dünger Geh mal raus da Wie wir alle drei an einem Ding stehen, weißt du? Warum geht der Nahrungsbalken nicht hoch? Ja, mit ner Made sicher nicht Geht der doch gerade, der geht gerade hoch Warte rein Ja, der Code ist für die, für die Pflanzen gut, ne? Wollte ich nur mal sagen Ja, das ist wieder Dünger Das sagte ich doch gerade eben Außerdem kann man acht Tiere halten Naja, vier So, jetzt hat das Ding auch einen Sinn Neu, es leuchtet Und Geschissen leuchtet denn das hier Nix, es ändert überhaupt nix Warte mal Es wird auch nicht dunkler Okay Was macht ihr da? Was macht ihr da? Ey, kleine Kinder spielen Okay, ich pack sie wieder nach vorne Den Blödsinn Das ist ja jetzt ne gute Verwendung da früher Na hier60 Na hier leuchtet's schön! Scheißding! Mach mal so'n Code-Behälter, ach nee, geht ja nicht. Nee, dafür brauchen wir Klebstaf, hast du Geweihe? Ja, und vor allem Legierungsblech, dafür brauchst du glaub ich Seile und... Nein, Legierungsplatten brauchen... Diese Legierungsbleche, dafür brauchtest du... Dafür brauchte ich vorne eine für das Flutlecht. Du brauchst nur Metallschrott, Eisen und Calcium. Nee, Calcium? Nee, Quatsch, stink! Aber mal ehrlich, das ist jetzt ein Tothuhn! Ein Tothuhn? Lass ihn mal reingucken! Das stimmt doch noch gar nicht! Gibt's sowas wie Fallen? Nee, du musstest so jagen! Ja, ich sag ja, gibt es Fallen? Nein! Warte, ist noch ein bisschen abverläscht! Ja, weil's Tothuhn heißt, weißt du? Ist es tot? Da steht, es ist ein Tothuhn! Es heißt Tothuhn! Aber es ist doch nicht tot! Nee! Hat er noch Leben! Außerdem steht doch da aus, es kann gehalten werden! Wird nach Level 2 ein Eifer jedes Level legen! Ja! Wenn du ein Tier nicht schlachtest, dann ist es noch nicht tot! Nee! Ich schmelze auch weiter ein bisschen Eisen, ne? Ja, genau! Einfach... Ja, haben wir! Einfach alles fertig machen, scheißegal! LOL! Komm mal zum Beet! Zu welchem? LOL, hier ist ne Kiste! Echt? Ja, da ist ne Kiste! Boah! Jawohl! Warte! Nimm mich damit runter! Ja, Samen haben wir jetzt auch ne ganze Menge! Ja, jetzt geh ich hier los bei uns! Langsam! So, nach wie viel langer? Viereinhalb Stunden, die wir jetzt schon wieder spielen, können wir nicht anfangen mit arbeiten! Wie arbeiten? Heute arbeiten? Jetzt können wir eigentlich alles fertig machen! Nun sind wir noch tot! Das ist zu lange gebraucht, ne? Ja, nee! Dann wär's ja zu Fleisch geworden! Nee, das musst du trotzdem schlachten! Das fühlt sich auch nicht auf, hab ich das Gefühl! Aber hat doch schon was genommen, oder nicht? Bei dem Essen! 30 und 25 Prozent! 5 Prozent! 5 Prozent! Nee, warte mal! Da heißt es auch 0 von 8 Tieren! Also können wir das hier dann doch schlachten! Ja, dann ist das tot! Dann ja, haben wir gleich nochmal ein anderes Höhen hier! Aber schwere Nachtmann! Da geht kaum was! Ach ja, ich hatte ja noch nur ein Dingspist! Also schlachte ich das Huhn, oder was? Ja, genau! Dann haben wir wenigstens was zu essen! Haben wir ja auch so wenig gerade! Wir sind Menschen, wir lieben doch, wenn wir zu viel haben! Und wer geht dir das Wasser holen? Im Dunkeln! Nein! Daddy, ist es hier warm, wenn du rausgehst? Nee, nicht wirklich! Du hast so ein T-Shirt an! Ja, was? Ich war mit beiden mittelschweres T-Shirt! Ich war mit beiden mittelschweres T-Shirt! Du machst dann auf Dragon Ball, oder was? Mit Gewichten! Was hier fehlt, brauche ich gefütterten Stoff! Wie stelle ich gefütterten Stoff her? Aus Federn, Stoff und Baumwolle! Ich stelle Baumwolle! Okay, wie viel bräuchte? 5! Das heißt, ich bräuchte 15 Baumwolle! Du wei- Aber du weißt, wenn du dann nachts rausgehen kannst bei Kälte, ne? Dann bist du unsere Bitch, die immer Wasser holen geht, ne? Das macht er ja sowieso schon! Ja, aber auch nachts! Nein, nachts würde ich es nicht machen! Ich komme dann nicht mal dazu, mit meinem zweiten Kaffee fertig zu machen! Wie fies, der mich gerade angeguckt hat! Wer? Du! Was? Ja, dein Charakter! Ja, warte! Ne, warte! Äh... Den! Ich glaub, mal nicht hingucke! Oh man! Kennen die auch ein Spielzeug, oder? Ziehen wir weiter! Hii! Jaa, so... Wofür verbraucht man denn grad soviel? Soviel oben? Ja. Werkbank, Kühlschrank, Ofen, Statter, Stall, Bergbau-Bohrer. Ich könnte auch nen Bergbau-Bohrer bauen. Du kannst auch nen Brunnen bauen. Nein, kann ich nicht. Dann brauchen wir nämlich nicht jemand zum Dings rein. Ich kann kein Brunnen bauen. Weil? Da kein Brunnen ist. Es gibt einen Brunnen. Na, guck doch da rein, Mann. Wo soll ich reingucken? Irgendwie Basis-Kommando-Einheit. Ja, warte mal für das strapazierfähige... T-Shirt brauche ich ja Eisenfragmente. Ist das euer Ernst? Okay. Tricks. Braucht man sehen? Ich mach bitte schwerer erst mal. Wenn du das dann hast, dann kriege ich bitte ein T-Shirt, ne? Ja, von mir aus. Weil mir ist kalt. So, noch ein Kopf war und dann kann ich gleich da hier was reinhauen was neu. Oh, wer ist denn da so lieb und haut schon heute? Ich. Das ist toll. Gessen hat mein Oli das alles gemacht? Ja, der kann da auch noch kommen. Ne, der hat keine Lust heute. Der will oder nicht? Nicht wirklich. So, das ganze Kupfer ist fertig. Ich hab jetzt mal Kalium reingehauen, ne? Naja. Ja, die Airzip können wir alle verbrauchen für Patronenhülsen und so. Ja, außer Eisen. Das können wir in Klamotten bauen. Richtig. Und dann geh ich mal nach Hühnchen jagen. Also 104 Asche haben wir schon. Okay. Dann müssen wir mal einen Puma holen, ne? Weil dann brauchen wir wieder sehen. Ja, aber erstmal machen wir doch jetzt eine fertig. Ich weiß das nicht so richtig, wo waren wir. Wollt ihr meine Munitionsteile da nicht außer Christen? Ist auch eine schon. Und die 9mm-Patrone? Ist auch gleich. Ich hab nur gerade andere Sorgen. Darf ich jetzt die Deckenbeleuchtung ausmachen? Ach ne, die ist... Ja. Hä? Ist die jetzt an oder nicht? Ach ne, ist sie nicht. Ich hab die Kisten gerade schon wieder. Oh ja. Ist doch gut. Ja, die eine brauchen die Dreh ich. Haben wir die nicht mehr? Ach ne, die haben wir ja nicht mehr. Ne, haben wir gevorwendet. Für Waffenteile. Ja. Wo bist du? Ich? Wolfi! Ach, er streitet sich schon mehr mit Wolf. Und ich blute! Ah! Ja, natürlich. Hey! Och Glück, hab grad noch so gemacht, ja. Drecks Wolf! Kannst du in Bonnie verschwinden? Kannst du in Bonnie verschwinden? Kannst du in Bonnie mitbringen und nicht Wölfe? Er hat angefangen! Ja, die Frage ist halt wie... Oh, Puma? Der Wolf hat aber angefangen. Ne, ich bin nicht da. Also wirklich gar nicht da. Eigentlich bin ich nämlich... Und ich hab keine Verteidigung. Und dann musst du wirklich versuchen, ihn allein kaputt zu machen. Ach, das ist Zink. So ne Scheiße. Trotzdem alles mitbringen, ne? Ja, klar. Ich suche aber eigentlich Eisen. Ich suche eigentlich grad nur Hühnchen. Dann kommt Wölfchen. Ich find grad so von Hühnern und so könnte er immer mehr spawnen. Aber auch mal mehr, immer weniger. Manchmal findest du wirklich gar nichts anderes. Oh, hier ist ne Base. Geh mal vorsichtig bei der Base rangucken. Aber nur vorsichtig, bitte. Ja. Ich bin hingerannt und ist keiner da. Oh! Aua! Hilfe! Keiner da? Oder? Oh! Okay, ist kein Freund. Ich bin tot. Weißt du noch das erste Mal über Mist? Ja. Wink ihm doch einfach mal nicht. Das hat er auch gedacht. So, Deathcounter 6. Bei Mist ist er auf Banditen zu und hat gedacht, die sind freundlich. Oho! 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 Jawoll! So eine Mistgeräte. Na! Was denn ist doch so. Hat deine Mutter dir keine Manieren beigebracht? Nein. Peelerziehung. Nix neues. Das erste Kind geht immer daneben. Ach, die sind bei mir alle daneben gegangen. Also ich kriege mir da keine Illusionen. Da mach ich mir echt keine Illusionen so. Alles drei missraten, ne Mann. Richtig. Schön, dass hier ein Hühnchen hält. Lass mich raten, du hast keinen Pfeil im Bogen. Natürlich nicht. Ist ja immer so. Gar wenn man gestorben ist, kommt die Scheiße, die man suchte. Ist das eigentlich gut, wenn ich Eisen finde? Ich find's gut. Machen wir daraus Klamotten. Du kannst doch auch uns Klamotten machen. Ja, ich mach allen Klamotten daraus. Ich brauch keiner. Je nachdem wieviel wir haben. Ich brauch keiner. Ich brauch keiner. Ich würde Baumwolle anpflanzen, falls wir noch haben. Ich muss erstmal Veggies anpflanzen. Baumwolle muss warten. Weil... Wenn wir Hühner haben wollen... Dann musste Kyle erstmal seine Tasche wiederkriegen. Aber ich komm dem irgendwie kaum näher, weil ich hier irgendwie 50 Millionen Taschen auf dem Weg finde. Oh scheiße, zwei Jäger. Ahhhh. Ich hoffe nicht bei mir. Nein, nein, ich bin weit weg. Na denn. Soll ich mir Sorgen machen? Nicht unbedingt. Gut. Oh, ich hab eine Wasserflasche gefunden. Ja. Kannste Blaubeeren reinmachen. Dann? Es ist stärker und gib dir Essen und trinken. Dann mein Gummibärensaft. Jep. Oh, ich hab hier... Was hab ich hier gefunden? Gewehrpatron. Nein. Nein. Auf mich zu verfolgen. Nein. Oh, wie lange willst du mich noch jagen? Das ist meine Tasche. Toi, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Woah. Ah. Auf mich zu schießen. Hör auf. Dein Pfeil nehm ich trotzdem mit. Ist mir egal. Du brauchst du nicht. Klingt nach Probleme. Schieß gleich zurück, du Arsch. Ja? So, jetzt hockt er sich da einfach hin. Warum hockt er sich da hin? Hier ist noch ein Puma. Weißt du, die finden Puma, kriegen sie aber nicht besiegt. Ehrlich. Pass. Ich hab gerade andere Sachen als ein Puma. Warum? Wird ich mir beschossen. Von dem Lager, was eigentlich leer war. Weißt du? Wie ist das Lager denn schon selbstständig? Ja. In Schussanlagen. Ich dachte es wäre der. Tütttü. Dass ich terrörig bin. Zweiten. Wohin er mich jetzt sieht. Aber ich kann Ganze die Sachen nehmen und dann ganz schön abhauen. Ah, schieß doch nicht immer auf mich, man. Das ist nicht nett. Keine Manieren, boah. Aber gerade ehrlich. Ich hab mein Zeug zwar, aber keine Manieren. Jugend heutzutage. Aber keine Manieren, das ist Jugend. Die geht gar nicht heute. Du alter Opa. Du bist die Oma hier nicht, ey. Früher war alles besser. Ja. Na, Daddy ist so alt wie du. Nee, nee. Der ist nur zwei Jahre älter als du, war das. Nee, nee. Daddy ist keine 26 mehr. Nee. Was denn? 31. So alt wie... Danke, Rico, ich hab dich ganz doll lieb. Stimmt. Daddy tut mir leid, dass ich dich so alt geschätzt hab, wie meine Mutter das hat. Alles klar. Ich dachte, du wolltest dein Poupa von heute am Anfang des Streams wieder gut machen, aber... Ich würd's gern wiederholen. Was ist noch ein Blödelstück? Das ist nicht nett. Das find ich viel lustiger. Jetzt muss ich sagen, Holz hackt sich hier extrem schnell. Ja. Wenn jeder immer 100 Scheite mitbringt, dann sind wir da auch so voll. Ja, ich bin ja noch am Hacken, also... Ja, ich mein ja so. Wenn man da einfach jeder immer 100 mitbringt, geht's auch nicht leer. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Kalle Holz hackt. Ich hab keine Zeit für. Das hab ich gerade wirklich gemacht. Munitionskiste. Warum find ich eigentlich mal die Drecks-Munitionskisten? Ich hab nicht mal ne Knarre, ey. Ist doch auch nicht in Ordnung. Sind grad gar keine Kiste mehr. Betroffen. Boah, es lebt noch. Ja, dann ab nach Hause. Dann muss es sein, Huhn ist verletzt. Boah. Ja. Ja, dann sag's jetzt ein. Geht's nicht. Hab ich schon. Nein, hab ich doch nicht. Ich wollte nur drauf gucken. Auf. Ja, das Huhn ist verletzt. Das kannst du mitbringen. Schnell nach Hause. Das kann sein, dass da ein Bär vor der Tür hockt. Hands up. Ich bin hier total in der Pampa und hier ist einfach nichts. So, Hühnchen, geh rein da. Wir haben 0 von 8 Tiere. Ja, das musst du irgendwie nach oben setzen. Achso, da. 1 von 8. Ja, nice. Das ist nach oben. Bringt wer mit? Jetzt habe ich es oben drin, aber nicht? Ja, dann. Dann lass abwarten jetzt. Boah, es ist nicht mehr verletzt. Das bewegt sich. Warte mal, vielleicht füttert es. Füttert sich, ja. Hat das zwei Balken? Nee. Aber cool. Ja, jetzt kann das. 29% und 24%. Ja, dann geht's runter. Aber wir waren bei 13,25. So, wo ist der Bär? Unter dem Torbogen? Geh mal Hallo sagen. Wie Pfeiler haben wir noch? Unter dem Torbogen, was? Da war er eben zumindest. Nö, da ist keiner mehr. Gott. Ich schmeiß mir immer noch Munition und solche Sachen. Ja, ist gut. Glaub. Ja, dann haben wir... 165 Asche schon. Ein Hühnchen von 8. Guck mal in die Lootkiste. What? Also, tatsächlich gibt es zwei Balken, ne? Grün und hohe. Was sind Eier? Ist das dann einfach nur, um zu backen und so? Nein, die kannst du auch. Die geben Proteine. Ähm. Und kommen da dann auch Hühner raus? Das Huhn hat sich verändert. Das Huhn ist schwanger. Glaube ich. Keine Ahnung. Da kommen keine Hühner raus. Aber die Eier geben Proteine. Auf jeden Fall hat das Huhn zwei Balken. Eins der Lebensbalken, eins der Erfahrungsbalken. Mit Eiern ist scheiße. Dann muss ich halt doch mal wieder neue Hühner holen. Was? Ja, ja. Geben die mehr Federn dann nachher? Ja, gute Federn. Diese ganz tollen Federn. Wie heißen die? Ach, diese Premium Federn. Ja, genau. Ernsthaft. Ja. Aber die geben mehr Fleisch. Ja, ich will aber mehr Federn. Boah, ich will ja 9mm, Muni. Ich will aber mehr Federn, nicht Premium Federn. Ja, wieso? Die Premium Pfeile machen aber mehr Schaden. Was will ich denn damit? Ich will Hühner töten und keine...